Hallo und herzlich willkommen in Van Pels Kleiner Hobby Ecke. Heute sprechen wir über die aktuelle Range von Aeronautica Imperialis. Und zwar, ich nenne es jetzt mal die Erscheinungswelle, die uns da überrollt hat. Das Heft ist ein separates Thema, das kam jetzt erst. Vor zwei Wochen auf dem Markt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, vor zwei Wochen. Wenn ihr dieses Video seht, ist es wahrscheinlich schon drei Wochen raus. Darüber werden wir separat sprechen. Weil hier sind quasi die Regeln drin, die wir in den Hardcover Büchern gefunden haben. Also kein Regelset mehr, sondern hier sind dann nur noch die Schwadronenlisten drin. Für die Elda und die Space Marines. Plus ein bisschen Kleinkram, aber wie gesagt, das machen wir extra. Deswegen tue ich es ganz schnell weg. Das Ding empfinde ich auch als Frechheit, aber darauf gehe ich bei Gelegenheit ein. So, dann wieder wie gehabt. Warum mache ich das jetzt erst? Ganz einfach, ich habe wirklich auf dieses Buch gewartet. Und bin, ja, sprechen wir dann drüber. Als erstes haben wir natürlich wieder die Würfelsets. Einmal für die Eldari und einmal für die Space Marines. Ja, kann man halten davon, was man will. Ich meine, wir haben dann für die Space Marines als Symbol den Schädel mit einem Halo drumherum. Und bei den Eldari ist es, genau, eine ihrer Eronen. Die sind niedlich. Jede neue Fraktion, neue Würfel, kennen wir ja. Dann die Aircraft & Aces Karten, die es ja auch wieder nicht mehr gibt. Wann ist die Box rausgekommen? Herbst letzten Jahres, Oktober. Ich habe leider den Überblick ein bisschen verloren. Es gab ein paar andere Dinge, um die ich mich kümmern musste. Sind natürlich nicht mehr verfügbar, wie immer. Aber die Eldar Box, die ist wichtig. Die machen wir jetzt mal auf. Weil ein Freund hatte mich darauf etwas hingewiesen. Und das will ich jetzt mal gegenprüfen. Und ja, ich habe selber normalerweise nur meine Imperialen Flieger. Ich habe trotzdem alles gesammelt, weil es halt nicht so viel ist. Und wir können froh sein, wenn ihr noch bei irgendwelchen Online-Händlern diese Sachen bekommt. Also wie gesagt, die Box auf. Und dann schauen wir uns da einen Haufen Karten an. Und ich muss sagen, die ist gar nicht so gut gefüllt. Sieht ein bisschen sparsam aus. Dann nehmen wir das mal raus. Das sind die Fliegerkarten. Die schauen wir uns gleich mal gemeinsam an. Und das sind die Zubehörer. Also Ausrüstungs-Upgrades, ähnliches. Da haben wir Pulslaser ohne Ende. Die Starkennen. Oh, Holofield. Na super. Als wäre die schon schwer genug zu treffen. Seelensteine. Ah, interessant. Kann ein Neu6-Veron um einen Crash oder abholen? Okay. Das ist eine sehr angenehme Sache. Mindsight. Ja, ist klar. Andere nennen das Scanner. Die können halt in die Zukunft gucken. Star-Engines. Erhöht den Speed. Ja, ja. Ach komm. Noch mehr. Bright Lenses. Scatter Laser. Ohne Ende. Twin Missile Launchers. Ihr braucht ja theoretisch für jeden Flieger eine eigene Upgrade-Karte. So, was haben wir hier noch? Nightfire Plasma Missile Array. Seid ihr denn des Wahnsinns? Des Wahnsinns für die Beute. Und dann noch zwei Schuss davon. Crack Missile Array. Ground Attack. Okay, gut. Die verwenden halt lieber Raketen. Die Eldar statt Bomben. Oh. Was haben wir denn da für eines? Das sind die Asse. Weil in jedem Set haben wir zwei Asse. Ich muss sagen, mit diesem Pixel-Look, das finde ich gar nicht so schön. Das ist diskussionswürdig, aber ich finde das nicht gut. Naja. Ich würde sagen, Biotan und Same Hand. Von den Rüstungen her. Schauen wir gleich mal, wo die Flieger sind. Und dann natürlich noch Ground Attack. Ground to Air. Und die normalen Asse-Karten. Das ist natürlich jetzt hier schon eine halbe Frechheit, muss ich sagen. So, schauen wir uns mal die Flieger an. Was haben wir denn hier alles? Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, oh, 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 oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Nightwing-Jäger. Seid ihr denn das Wahnsinns für die Beute? Haben die so wenig unterschiedliche Flieger? Mal gucken, wie es weitergeht. Phoenix Bomber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hallo? Die Älter haben noch mehr wie zwei Flugzeugtypen. Ja, und dann die besonderen Flieger für die Asse. Das war's schon? Was sagt denn das Companion? Wie viele verschiedene Flieger müssen die denn haben? Oder sollten? Nightwing, Phoenix, Vampire Raider, Vampire Handler, Hemlock Raidfighter, Nightshade Interceptor. Hallo? Da ist der Nightwing, check. Da ist der Phoenix. Wo ist der Raider? Und der Hunter? Und der Raidfighter? Und der Interceptor? Ist das euer Shit-Fucking-Ernst? Ich hab noch nicht mal die Hälfte der Fliegerliste? Also, das ist jetzt, das ist echt eine bodenlose Frechheit. Also, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber da verstehe ich meinen Freund, dass der gesagt hat, ich fühle mich verarscht. Ja, der ist nämlich ein Eldar-Fan. Dann hat er sich richtig darauf gefreut. Und dann kriegt er sowas. Also, ernsthaft? Ich brauche nicht elfmal den gleichen Fliegerliste. Das schaffe ich sowieso nicht, alle aufs Feld zu bringen. Wahnsinn. Boah, das belastet mich jetzt ein bisschen. Das belastet mich jetzt wirklich. Dann schauen wir uns doch mal ganz kurz die Auto-Reaches hier an. Da gehe ich mal ganz kurz hinter den Schirm, weil wie gesagt, der Karton ist schwer. Diese Pappböden haben es nun mal in sich. Also, da haben wir dann, das sieht für mich so nach Mondoberfläche aus. Ja, Moon Outpost, A Rear of Engagement und Lava World. Ja, das ist erst dann interessant, wenn man wirklich mit Bad Weather Conditions und so weiter spielt. Also, mit den Sonderregeln, sage ich mal, mit den Ausbauregeln. Was ist denn hier passiert? Oh, hier haben sie die Pappböden tatsächlich nochmal extra eingepackt. Ein Karton außenrum reicht ja nun mal nicht, ne? Aber auch hier wieder dieses grob verpixelte. Muss denn das sein? Also, wenn der Gedanke dahinter ist, dass man hier das Ganze uns präsentiert als Luftaufnahmen, in den Fliegergedanken drinnen zu haben, okay, dann verstehe ich das ja irgendwo, ne? Aber irgendwie fühlt sich das so, fühlt sich das lieblos an. Aber gut. Die packe ich jetzt erstmal nicht aus, weil, aus Gründen, ich muss sagen, es reizt mich auch gar nicht, mir die anzugucken, nachdem ich jetzt von dieser Eldar Box, also von dem Kartendeck so enttäuscht worden bin. Also, das braucht ihr nicht. Ah, wie ihr seht, bei der Lieferung eine Macke gekriegt, der Karton. Naja, was sonst. Ist ja nicht wichtig. Was haben wir drin? Wir haben drin drei Nightwings, zwei Bomber, drei Siphon-Jäger, das sind die, die gibt es ja auch von Forgeberg, glaube ich, und die Storm Eagles. Nur um das mal ganz kurz runterzubrechen, was man hier bezahlt. Ihr bezahlt quasi immer eine halbe Box der Flieger, bis auf den Storm Eagle. Der Storm Eagle kommt in einer Zweier-Box. Die kostet normalerweise 32,50 Euro. Der Siphon liegt auch bei 32,50 Euro. Der Einfachheit halber rechne ich jetzt mit 32 Euro pro Box. Der Phoenix Bomber ist, wenn ich das richtig gesehen habe, auch nur eine Dreier und die Nightwings sind sechs in der entsprechenden Box. Das heißt, hier habe ich die Hälfte, das sind 16 Euro, das hier sind 32, bin ich bei 48, das selbe habe ich bei den Space Marines nochmal. Ich bin also bei knapp 98 Euro und habe dann noch zusätzlich die Würfel, die Marker, den Bodenplan, das Regelheft, die Quick Reference Tees und damit ein Startup. Wenn ich mir das jetzt noch durch zwei teile, bezahle ich für eine schöne kleine Starterflotte keine 40 Euro. Korrigiere, keine 50. Für den Neueinsteiger ist das eine wirkliche, sehr gute Box. Waren die anderen zwei vorher auch. Dort kamen wir auch ungefähr auf dasselbe Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe es da auch durchgerechnet gehabt und ich war überrascht, dass wir die Sachen so günstig bekommen. Hier unten steht sogar 70. Ich habe noch den Original-Aufkleber aus dem Laden drauf. Also, natürlich könnt ihr die online auch günstiger schießen, das bestreite ich nicht. Wenn ihr das könnt, tut es. Wie gesagt, für mich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und hier ist die Space Marine-Schwämme halt nicht so stark. Hier sind andere die Helden in der Luft. Die Space Marines machen nur mit. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Box. Und ja, die Space Marines sind hier nicht das ultimative Multitool, das alles wegmacht. Das sind eher die Helden. Oder die Tau. Gut, Entschuldigung, bin gerne in die Kamera gekommen. Die Box hat jetzt eine ziemlich harte Reise anscheinend hinter sich. Wie gesagt, sie hat eine Macke, dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass es hier drin auch nicht so schön aussieht. Es sieht alles sehr rumgerumpelt aus. Da war die andere schöner abgepackt. Weil hier zum Beispiel fehlt mir die Blubberfolie. Die hätte das alles ein bisschen schön in Position gehalten. Ich weiß nicht, ob die alle waren. Also, die hier, die war in der anderen Box drin. Hier hat man jetzt endlich mal die Bases in eine Tüte getan und nicht alle einzeln. Sehr schön. Aber warum? Ich weiß, ich will nicht immer nur meckern, aber warum sind jetzt die Stäbe da nicht mehr drin? Wäre das letzte gewesen. Na ja, gut. Schauen wir uns mal die Flieger an. Da haben wir wohl die Bomber der Eldar. Ich muss sagen, Eldar Flieger zeichnen sich ja schon immer durch, durch so eine glatte Eleganz aus, sage ich jetzt einfach mal. Dementsprechend haben wir hier natürlich auch die Details. Dass ihr es mal direkt gesehen habt. Drehen wir es mal rum. Wie sieht es von unten aus? Der Flieger ist quasi komplett. Da kommen nur noch die Waffenaufhängungen rein. Da kommen nur noch die Spins hinten dran. Und dann ist das Ding fertig. Das ist auch kein Hexenwerk. Da haben wir die Storm Eagles. Die sind schon wuchtiger. Da ist schon mehr zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt hier zusammenbauen werde. Das Einzige, was mich bei den Space Marines wirklich reizt, wäre nochmal ein Thunderhawk. Aber das ist eher aus der Nostalgie heraus. Denn weniger des Spielens. Ich finde die auch jetzt nicht so schlecht. Aber zu 105% überzeugt bin ich von den Space Marine Fliegern in diesem Spiel nicht. Obwohl mir die Xifon Jäger wirklich gefallen. Aber die erinnern mich halt an Kampfstern Galactica. An die, wie heißen sie, an die Vipers. Ja, der Flieger von unten. Auch nicht viel, ne? Schatz, das Obergehäuse hätte ich fast gesagt. Der Rumpf unten, die Triebwerke, Raketen, Laserkanonen. Also so ein Gussrahmen, die Flieger, baut ihr in einer halben Stunde zusammen. Versprochen. Da braucht ihr nicht lange für. Ich habe bei einem Freund mal gesessen und habe mal zwölf Thunderbolts angeklebt. In einer halben von zwei Stunden. Aber da haben wir auch viel geschwätzt. Ein bisschen Blödsinn nebenbei gemacht. Aber wenn man konzentriert an die Sache rangeht, seid ihr da ruckzuck durch. So, dann die Jäger. Die haben wohl tatsächlich verstellbare Flügel. Das ist eine nice Sache. Gucke ich mir gleich den Bauplan mal an. Mal hier diese Aufhängung. Das sieht für mich aus, als könnte man die dann ineinander haken. Hier. Da ist nämlich auch noch so eine Nase. Dass man die dann bewegen kann. Steht irgendwo das Produktionsjahr? Ja, das ist wichtig. Es wurde mal drüber philosophiert, wie viel Vorlauf solche Produkte haben. Ob das jetzt die normalen imperialen Soldaten sind, die Space Marines, was auch immer. Whatever. Hier ist jetzt ein ganz wichtiges Detail auf dem Gussrahmen. Schaut mal. Da steht was von 2020. Das heißt, die Gussform und das Design dieser Flieger muss in 2020 passiert sein, als die Gussformen gestaltet worden sind. Dann sind die in Vroproduktion gegangen. Gekommen ist diese Box im Oktober 2021, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir haben ein Jahr Vorlauf. Und wenn ich sehe, was wir da bekommen haben und wie das präsentiert worden ist, dann ist das für mich ein deutliches Zeichen, dass dieses Spielsystem kurz oder lang sterben wird. Die werden jetzt noch das raushauen, was in der Produktionslinie drin war, werden dann die Lager leer machen und dann wird es das gewesen sein. Was ich sehr bedauerlich finde, aber auch der lieblose Umgang mit diesem System. Da hat Necromunda natürlich mehr Liebe, Blatt wohl mehr Liebe. Egal. So, dann haben wir hier die obligatorischen Würfel. Brauchen wir ja in jeder Starterbox. Dann das, was mir recht gut gefallen hat, auch schon in den letzten, das Artwork nochmal von der Box. Leider hat das jetzt hier eine Macke. Da kann ich auch nicht mehr zurecht drücken, das ist schade. Die liegen ja normalerweise als Trennmittel zwischen dem Papier und den Plastikprodukten. Auf der Rückseite nochmal, was in der Box drin ist zum Zusammenbau. Hier sieht man das auch sehr schön mit den Flügeln. Ich weiß jetzt nicht, ob die so ausgestellt worden und dann geklebt worden sind oder ob man das bewegen kann. Das schauen wir uns mal in dem Bauplan gleich mal an, wenn ich den in die Finger kriege. Dann hat man wohl doch nicht alle Bases reingekriegt. Jetzt noch eins separat. Wir bräuchten zehn. Mal durchrechnen, mal durchzählen. Das sind, nee, Moment, wir bräuchten Stopfen. Wir brauchen elf. Es sind sechs Eldarflieger und fünf Imperiale. Also das sind vier, das sind zwei, das sind sechs, das sind zehn. Ah ja, alles klar, das ist ein Zehnerpack und das ist dann der Elf. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann haben wir hier die ganzen Stäbe. Die mache ich dann alle mal da in die Tüte mit rein. Da gehören sie hin. Gehen die auch nicht verloren. Diese Bases sind natürlich eine fürchterliche Seuche. Also die bekommt man quasi hinterhergeschmissen. Ich weiß gar nicht, wie viele von den Dingern ich jetzt mittlerweile habe. Und die fressen auch den meisten Platz tatsächlich beim Einlagern der Flieger. Sind die ja mehr oder minder nutzlos. Die fressen viel Raum, weil ich brauche ja nicht alle. Wie viele Flugzeuge habe ich mittlerweile? Ach, genug. So, dann. Das ist der Bodenplan. Hoppala. Da hat sich die Pappe verabschiedet. So, dann haben wir den Bodenplan. Auch hier wieder bedruckt. Den packe ich jetzt nicht aus. Das rentiert sich nicht. Das ist nur auf Papier. Ja, sieht auch wieder nach Luftbildaufnahme aus. Mondoberfläche anscheinend. Die Hefte. Da schauen wir gleich rein. Ich möchte allerdings jetzt erst mal mit den Bauplänen starten. Da bin ich neugierig. Das interessiert mich wirklich. Die Decals, klar, brauchen wir. Ohne die geht es nicht. Auch diese Plastiktüte für die Baupläne, die könnte man sich auch schenken. Also das halte ich jetzt nicht für wichtig. Was natürlich ein gewisser Ausgleich dafür ist, dass in den Kartenboxen nicht alle drin sind. Bei einigen der Flugzeuge haben sie dann tatsächlich die Karts auf die Hefte gedruckt. Das ist für mich eine unschuldende Notlösung. Aber immerhin, man kriegt was. Besser wie gar nichts. So, da haben wir den Nightwing. Dann fangen wir doch mit dem direkt mal an und schauen mal da in das Heft rein. Das ist ja der Jäger mit dem verstellbaren Fügel. Ach, da ist es sogar. Das ist sogar direkt. Schritt 1. Die werden zusammen eingelegt. Nicht kleben. Ganz wichtig. Muss beweglich bleiben. Und dann kommt direkt das Chassis oben drüber und darf hier vorne nicht geklebt werden. Das heißt, ich fixiere das nur hier hinten. Das Oberteil des Rumpfes am Unterteil. Das ist interessant. Ich hätte nicht vor, Elder zu spielen. Aber aufgrund der Veröffentlichungspolitik der ganzen Sachen werde ich wohl mir jede Box einmal holen und sei es nur zum Einlagern. Da kommt der Sammler wieder durch. Oberteil des Cockpits. Triebwerke, die Flügel, oben wie unten, dann die Bewaffnung. Da kann man wohl switchen zwischen vier verschiedenen und dann auch wieder die Base mit dem Pin. Kann mit einer Tischenrebatten ausgerüstet werden für drei Punkte. Wähle aus, was willst du haben. Tatsächlich, also damit lohnt es sich dann auch zu magnetisieren, wenn jemand da für die Waffe ist. Wenn es nicht genug ist, in der Gerüst zu arbeiten, viel Vergnügen. Ich selbst, ich bin zu doof für sowas. Ich würde mir wahrscheinlich davon noch eine Box holen und würde einfach nochmal so zwei mit der jeweiligen Waffenvariante zusammenbauen. Und dann schauen, was übrig bleibt und die dann mit meiner Lieblingswaffe ausrüsten. Dann haben wir den Phönix Bomber. Okay, da kommen als erstes die Triebwerke rein. Dann die Heckfin. Rumpf-Unterteil mit der Aufnahme für die Base. Der Rumpf verschlossen. Okay. Und dann haben wir auch wieder schwere Waffen. Also die Hauptbewaffnung des Fliegers. Da steht es auch Optional, Nightfire Plasma Missile Fire Array oder die Cracks. Und das müsste dann die Kanone sein, die unten drunter kommt. Das große Geschütz. Ja, okay. Der Xiphone. Space Marines. Ja, schaut mal. Eins, zwei, drei, vier Arbeitsschritte. Fertig. Gar kein Hexenwerk. Also selbst jemand, der keine Erfahrung im Modellbaubereich hat, im Tabletop-Bereich, wäre hier als Einsteiger nicht überfordert. Das geht ruckzuck. Ja. Okay. Moment. Der kostet 24 Punkte. Schön, dass man mal so einen Vergleich machen kann. Der Nightwing kostet nur 20. Der Space Marine hat einen Strukturpunkt mehr. Der Helder hat aber Truttle 3. Okay. Ja, Truttle sagt aus, über die Beschleunigungsstufen, wie viel man da pro Runde hoch und runter gehen kann. Handling 2+, also sehr viel leichter zu steuern. Ace Maneuver 1 bis 8. Also quasi die gesamte Bandbreite. Minimum Speed ist 2, Max ist 8. Sehr, sehr flott unterwegs. Und wenn man überlegt, der darf ja sogar auf Speed 9 gehen mit den Ausrüstungskarten, die wir hier ja nicht haben. Nochmal so nebenbei. Krass. Maximum Attitude 5. Okay. Und das Space Marine hält gegen mit Truttle 2. Ace Maneuver 1 bis 7. Handling 4+. Also fliegt sich quasi wie ein Backstein. Maximum Speed 6. Ja. Die Besten der Besten der Besten der Besten. Genetisch modifiziert und so ein Kram. Ja, ja. Maximum Attitude 5. Okay. Also wenn wir den ausrüsten mit Raketen hier von der Liste, dann kostet der 26 Punkte. Und der Nightwing, wenn wir ihm noch eine der schweren Waffen mitgeben, kostet der 23. Also wenn man die Optionen voll ausreizt. Okay. Und dann haben wir noch den Storm Eagle, von dem ich überhaupt nicht überzeugt bin. Das ist natürlich wieder so eine Geschmackssache einfach. Da ist der Rumpf aufwendiger wie bei der Valkyre. Ja klar, ist ja auch größer. Ja. Okay. Keine Waffenoptionen. Der kriegt, was er kriegt. Ich habe zwei Dual Frag Missile Pods drunter und kann die für drei Punkte aufwärts extra gegen diese Raketen dann tauschen. Ja, das entspricht halt dem Sturmangriffsgedanken. Dann kostet das Ding 32 Punkte, wenn man den umgerüstet hat. Okay. Gut. Wieder was erledigt. Und dann schauen wir mal in die Tüte hier. Da haben sie auch wieder irgendwas extra dazu geschmissen. Auch hier wieder. Einfach mal raus aus der Folie. Rat of Angels, das Heft. Da gucken wir gleich rein. Das machen wir extra. Da haben wir dann wieder den berühmt-berüchtigten Bogen mit den Markern. Zwei Crick-Reference-Sheets wieder. Die brauchen wir. Das ist immer eine gute Sache. Wenn man sich das quasi auf den Spieltisch einfach daneben legen kann, bin ich ein echter Fan von. So, was haben wir hier? Ein Starter-Szenario. Starter-Szenario ist wieder. Auch hier steht es wieder, ne? Limited 2020. Das heißt, diese Boxen müssen irgendwo um 2020 angefangen worden abzupacken. Hat man angefangen, die abzupacken? Mensch, deutsche Sprache, schwere Sprache. Strackler, Ambush und Dead from Above. Das sind genau die drei, die wir auch in der anderen Box drin hatten. Okay. Dann haben wir hier das Heft. Wieder, was uns in der Box an Fliegern erwartet. Wir wissen ja, das sind nur Bemalvorschläge. Ich bin persönlich jetzt kein Fan des Salamanders. Ich würde die wahrscheinlich rot bemalen, weil ich Blood Angel Fan bin. Klar, auch hier wieder das Innenbild. Auch wieder das eingesetzt, was in der Box auch wirklich drin ist. Man hat quasi das alte Heft wieder genommen. Hat ein bisschen auch hier Dechse von Interceptor halt hier eingesetzt. Als Reference. Movement, Firing. Ist ja alles drin. End Phase. Szenarios. Ich spiele mir Szenarios. Night Fighting, Bad Weather Condition. Und wieder der Dogfight. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Das war's. Die Squadron List. Die sind jetzt natürlich auch wieder ein Witz, weil es sich ja nur auf das bezieht, was in dieser Box drin ist. Dechse von Interceptor. Der Storm Eagle. Oh, der Fire Raptor. Schneeke geht die Welt zugrunde. Das ist eine separate Box. Muss sich extra zugelegt werden. 32,50. Zwei Stück. Die habe ich auch schon in der Hand gehabt. Mal schauen. Was haben wir denn für die Älter hier drin? Der Nightwing. Okay. Und der Phoenix, sag mal, wollt ihr mich rollen? Das ist echt so traurig. Ja. Level Slide. Swoop. Also die ganzen verschiedenen Flugmanöver wieder. Die Quick Reference. Nochmal. In groß. Und dann sei total geil. Und start. Das ist eine Frechheit. Also für die Space Marines wird direkt ein Flieger geteasert, der nicht in der Box mit drin ist. Und für die Älter, die müssen halt sehen, wo sie bleiben, ne? Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Wenn ich schon Teaser und Werbung mache, dann müssen die anderen Flieger da auch rein. Und wie gesagt, in 2020 ist das hier abgepackt worden und vorbereitet worden für den Versand. Für die Auslieferung. Also da ist man in die Vorbereitungsphase gegangen. Es kann doch nicht so schwer sein, dann die anderen Sachen noch mit einfließen zu lassen. Hammer. Aber sowas macht mich einfach nur sprachlos. Ich meine, wir sind von GW auch schon ganz andere Dinge gewohnt. Aber jetzt ganz ehrlich. Da fühle ich mich als Kunde. Höflich gesagt, nicht ernst genommen. Klar, die wollen mein Geld. Ist ja auch klar. Ich meine, ich liebe das Hobby. Ich bin da auch gerne mit dabei. Aber sowas. Was haltet ihr denn davon? Von solchen Veröffentlichungsgeschichten. Also hier haben sie es aus meiner Sicht richtig mit Anlauf verkackt. Was sie in anderen Spielsystemen, ich will nicht sagen besser machen, aber für den Kunden vielleicht angenehmer. Und dadurch, dass hier ja nichts mehr nachkommen wird. Also ich sehe dieses Spiel leider auf dem absteigenden Ast. Was denkt ihr denn, wo die Reise dahin geht? Wird man es sterben lassen? So wie ich das befürchte? Oder mache ich mir unnötig Sorgen? Und wir werden noch viele, viele Jahre, also mindestens noch zwei Jahre, mit diesem Spielsystem Spaß haben? Was denkt ihr denn? Gebt mir dazu ruhig mal ein Feedback. Es würde mich freuen. Und passt auf euch auf. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Ciao. Wow.